Wer kommt denn da? Das ist Hans Kahlert, bekannt als Onkel Christian aus der NDR Kultserie Neues aus Büttenwader. Der 83-Jährige war zu Gast in Hobziel. Er durfte im Garten der Generationen einen Baum pflanzen. Der Buchautor Michael Buschauf hat ihn und seine Frau eingeladen. Trotz Altersbeschwerden packte er gemeinsam mit Björn Hülener, Bürgermeister der Gemeinde Wangerland, kräftig an. Dabei bewies der in Hamburg lebende Schauspieler viel Humor und Bodenständigkeit. Die harte Arbeit wurde am Ende mit einer Teerunde belohnt. Hans Kahlert und seine mitgereiste Frau ließen sich den Tee, ob mit Schuss oder auch ohne, kräftig schmecken. Wir fahren morgen wieder weg. Wir fahren morgen wieder weg. Jetzt. Das ist das. Wann? Ja, das deine heute. Ich fahre dir demande zu sein, mich. Ich habe eine Kurve dann. Ja, mache ich doch. Ja... Na, ja... Das ist weg, doch. Ich bin nicht viel gemacht. Die Kanzler, wie viele Kanzler sind, sind. Hier hat er einen Rücken ratten.